Ich rasch da aus. Ey, oder? Oh Gott, ey, immer ich. Oh nein. Ah nein, ist das ätzend. Oh man. Ah, meine rotbäckigen neuen Rekruten. Was ist das? Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen, wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch verwarte ich das auch. Also, es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Ich will wissen, wer das ist. Erstens, beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen. Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Was? Dann brate ich euch auf dem Gelb bis eure Haut aufplatzt wie ein Fürstchen. Sicher. Alter. Oh oh. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz weist sie in die Schranken. Oh, hast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Tja. Wenn ihr wisstet, wer bei euch ist gerade. Wenigstens ein fester Job. Wie geht's? Okay. Los geht's. An denen musste ich mich vorhin vorbeischleichen. Heißt das jetzt, ich gehe jetzt ganz normal raus oder? Wo geht die alle hin? Okay, ich gehe jetzt ganz normal raus würde ich sagen. Lauf ich überhaupt in die richtige Richtung? Hier. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht mich richtig zu bewegen. Achso, und von denen schöpft keiner Verdacht, dass ich jetzt einfach hier mit dem Boot wegfahre. Das darf ja anscheinend jeder machen, wie er will oder was? Okay, dann fahren wir jetzt mal raus. Anscheinend darf da jeder sich einfach das Boot nehmen und wegfahren. Sam, ich bin gerade vom Boot rotter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Seine Stimme hört sich jetzt so komisch an. Einer von heuts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird heute mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, Ich habe seine Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist die Rebase? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Mal ganz im Ernst. Seine Stimme ist so komisch geworden. Ich traue dem irgendwie gerade immer so richtig, um ehrlich zu sein. Wenn die jetzt sagen, ich kann mich frei bewegen. Heißt es, ich kann mich frei bewegen mit der Uniform, sodass die mich da jetzt in Ruhe lassen? Oder heißt es, ich muss sie töten? Theoretisch könnte ich doch da nochmal laufen, oder? Ich probiere es jetzt einfach mal. Was soll schon passieren? Dann gerade ich halt eine Ballerei rein. Ich laufe direkt übers Gelände. Jetzt mal gucken, was die Schätzle für mich parat haben. Kann ich da hoch? Bitte, bitte, ja. Also ich muss sagen, die Gestaltung... Was? Oh nein. Fuck it, ey, wo kommen die Viecher her? Wo bin ich? Hier bin ich. Ne, das ist mein Ziel. Achso, ja, wieso laufe ich dann? Mache ich direkt hier einen auf den hier, oder? Geht auch viel schneller. So, mal sehen, was uns jetzt als nächstes erwartet. Eigentlich hätte ich den da gleich über den Haufen ballern sollen, aber dann wäre ich tot gewesen. Das wäre vielleicht halt nicht so toll. Okay, go. Da hinten ist mein Ziel. Und da gehen wir jetzt auch hin. Also muss ich jetzt sorgen, dass dieser was mir vertraut, oder wie der auch heißt. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen, bitte? Töte heimlich und unbemerkt zu bleiben. Söldner greifen dich an, nur wenn du provozierst. Okay. Ich töte heimlich. Söldner greifen mich nur an, wenn ich provoziere. So, töte heimlich und unbemerkt zu bleiben. Söldner greifen dich nur an. So, töte drei VIPs. Ich weiß halt nicht, was VIPs sind, ne? Okay. 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 nix. Halt dein Maul. Kümmern wir uns mal um die Leute hier. Ich glaube, hier würde ich keiner vermissen. Bitch. Hier hat's nichts. Hier hat's auch. Nur Kohle, die wieder im Scheißhaus rumliegt. So, da hat's auch nur Scheiße. zwei Statuen. Und zwei Typen. Die uns jetzt aber überhaupt nicht interessieren. Gehen wir weiter. Oh, das sind jetzt zwei. War da vorher nicht nur einer? Interessant. Interessante Wendung. Oh, da ist der eine jetzt da runtergegangen. So. Nichts. Ist das der VIP? Ach so, ich verstehe. Hab mich schon gefragt, weil die kann ich da wohl gar nicht. Nächste Woche schicke ich etwas Geld nach Hause. Das brauche ja auch keiner. So, checken wir mal den nächsten VIP ab. Wo ist der letzte? Ich hätte es die Frage. Wo ist der jetzt? Hier oben wird wohl keiner mehr rumlaufen. Der wird sich dann irgendwo unten bei den anderen rumtreiben. Aber wie soll ich den denn töten, bitte? Nächste Woche. Nächste Woche. So. Solange ich jetzt niemanden provoziere, passiert mir hier nächste. Wohl wahr. Mir wurde viel Geld verdient in den 80ern. Aber das ist vorbei. Na ja, Zeiten ändern sich. Jawohl, trennt euch voneinander. Ist sehr gut. gut. So. Ach, da hat es nur Scheiße drin. Ich brauche den ganzen Track nicht. Da unten. Ich bin viel mehr wert, als ich verdiene. Jetzt gehe ich ganz normal zu dir her. Ja. Abhauen. Oh Gott, shit, ich hätte vorsichtiger sein müssen. Komm, zeig mir, wo ich hin muss. Da hört sich echt so komisch an. Klar. Der ist so komisch. zu klären. So, bitches. Äh, fuck, da kann ich so gar nicht hin, oder? Kann ich da schnell hinreißen? Ja, hier, so. Falls ich da nicht jetzt gerade bin, irgendwie. Ne, das war gar nicht mein Ziel, oder? Na, scheiße, Robin, du bist so blöd. Ich muss jetzt ganz kurz, wo bin ich? Hä? Das sieht mir aber ziemlich nach Drogenfelder aus, ehrlich gesagt. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Seine Stimme ist so komisch geworden, so voll bösartig. Ich traue ihm echt gerade nicht mehr, darauf zu rennen. Achso, das ist ja, deswegen. Erstes. Alles klar. Okay. Jetzt bereit. Blitzkrieg! Hä? Jetzt ernsthaft?